Hallo und willkommen zurück zu Let's Beinigung of Isaacs, Samsung Wand. So, ich hab eben die Zeit genutzt, um etwas zu essen. Oh, wir haben hier gleich den Sieg mit Wun, seh ich. Den nehmen wir doch gleich mal mit. Oh, scheiße. Voll richtig ungedrückt. Oh, kleiner Buck. Das Pferd war kurz weg. Ah, und, okay. Der ist auch da. Okay, schießen wir mal kurz. Und geben unsere Bomben jetzt rein, die wir haben. Wir haben den Wimstone bekommen und beinahe wäre es abgestürzt, das Spiel. Aber wir haben Glück gehabt. Ja, nur wieder hab ich den Wendpatch, verdammt. Den hab ich mal versehentlich mitgenommen. Den brauchen wir nicht. So, nehmen wir wieder die Sun mit. Die lassen wir erstmal da, die Automaten. Und wir ja keine Bomben gebrauchen, um da reinzukommen. Okay. Wir brauchen Schlüssel. Es gibt einfach keine Schlüssel für uns. Schön den Wimstone aufladen. Und zack. Das ist so ein geiles Teil. Das können wir mit dem Blutbeam machen. Wenn wir uns sonst immer die anderen ärgern. Hm. Wie geh ich denn hier halt am besten um? So. Und jetzt kümmern wir uns um Fistula. Da ist noch ein Tarter übrig. Lass ein Schlüssel drin sein, bitte. Nö? Mäh. Schade. Aufladen. Okay. Wir können es ja jetzt auch. Und. Gut. Ne. So hat es nicht gereicht. Versuch was wert. Verdammt. Der hält viel aus. Ich glaube, wir müssen auch richtig aufladen, bis die Hörner leuchten. Ein paar Pillen. Oh. Hält's ab. Und hier. Meinen Job. Tja. Hm. Wir müssen weiter gehen, denn wir haben auch keinen Schlüssel gefunden. Leider. Ja, jetzt war es ein bisschen sinnlos, drauf zu halten. Ich möchte Schlüssel haben. Masken mit Herzen. Diesmal nicht. Die halten echt viel aus, diese Maske. Die Herzen. Hoch daneben. Huh. Wir brauchen mehrere Bloomstones, damit die mal sterben. Aber hier haben wir jetzt kein Problem, weil wir ja einfach wegschweben können. Ein Seelenherz gibt's für uns. Und ein volles Herz. Oh, sehr schön. Hoffentlich gibt's hier ein paar Schlüssel. Brauchen wir nicht. Wir wollen Schlüssel mehr haben, bitte. Ich werde zämtliche Münzen hier reinwerfen, bis du mir einen Schlüssel gibst, sodass ich pleite bin. Oh. Der möchte wohl, dass ich einen Schlüssel bekommen. Ha. Aber ich hätte gern noch einen zweiten. Da gab's ja noch eine Truhe. Und? Gibst du mir etwas? Gibst du mir etwas? Oder lässt du mich hier auf dem Trockenen sitzen? Diese Schlüsselknappe halt. Wenigstens haben wir viele Seelenherzen bis jetzt. Die Teufelstruhe war eigentlich auch ganz in Ordnung. Wir haben die Hellserpille im Spiel. Und das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Wir sind eigentlich ziemlich gut aufgepowert. Lacka. Ja. Ja, damit... Ich weiß schon nicht, ob das was bringt bei den Automaten. Aber... Oh, das sind die Wüsten. Bombe. Na gut, dann gehen wir erstmal in Richtung Schatzraum. Hoffen, dass es da was Schönes drin gibt. Natürlich kann ich auch die Truhe aufmachen. Es gibt eigentlich eine recht große Chance, dass da ein weiterer Schlüssel drin ist. Aber ich... Weiß nicht. Mir gefällt das gerade nicht. Lasst uns lieber erstmal hier in den Schatzraum gehen. Was ist denn das nochmal? Hat ja nicht so glücklich das wie Mode, oder? Wenn ich das eigentlich ganz gerne habe, ist es gerade sinnlos das mitzunehmen. Das Pony ist immer einiges besser. Und wir brauchen nicht wirklich viel über Bomben, weil wir die Sieg-Wooms und so ja aufgemacht bekommen. Ich würde den Sieg-Woom abkürzen können. Ja, das hätte ich tun können. Hoffentlich will ich noch ein paar Münzen oder noch einen Schlüssel. Oh Gott, ein freier Tauch mit Masken und Herzen. Das war ein ganz schlimmer Raum. So. Verdammt, diese hatten mich jetzt erwischt. So. Hier nehmen wir alle meine Seelenherzen weg. So, wir leuchten wieder. Ich hätte lieber ein Seelenherz gesehen. Häh. Vorsichtig. Wenn wir hier in der Mitte sind, sind wir gerade recht sicher. Ha. Dämliche kleine Schwinne. Hier ist der Busraum. Ich möchte eigentlich noch nicht hinein. Ha. Sehr schön. Huh. Hoppla. Aufladen. Allerweimar. Bingo. Hier gibt es auch noch einen Golden Poop. Das heißt, wir werden jede Menge Münzen rausbekommen. Ey. Mann, der hält viel aus. Okay. Tut sich Münzen eigentlich mit Bloody Lust stecken? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht. Jedenfalls benutzen wir erstmal den gewonnenen Schlüssel, um die Truhe da oben aufzumachen. Vielleicht kommt ja eine Trollwurme raus und tut jetzt auch noch die Steine da weg. Nur ein Herz. Gut, dass ich erst den Schatzraum aufgemacht habe. Eigentlich sind beide bis jetzt recht enttäuschend gewesen. So. Mal. So, die sind erledigt. Also bei den Herzens ist es so, die haben 40 HP, habe ich jetzt erfahren. Aber man muss sie auf minus 1 HP bringen, sozusagen, dass sie sterben. Das heißt, auf 0 leben die Viecher noch. Zack. Nachher habe ich nicht so viel getroffen. Wo gehen wir denn am besten hin? Ich glaube, die machen uns hier jetzt alles fertig. Ja, Seelenherzens, das wir verloren haben, bitte. Hm, das gefällt mir. Da werde ich auch gleich hingehen. Aber jetzt gucken wir uns die restlichen Räume ja an. Ich glaube, ich gehe auch nochmal in den Teufelsraum. Äh, ich meine den Stachelraum, das ist ja nicht der Teufelsraum. Zack. Ein bisschen der Damage-Up wäre noch ganz toll für den Wimstone. Oder war auch nur Matthias ab, dass das so richtig stark wurde. So. Einen Raum habe ich noch da unten. Da gehe ich hin, wovor ich in den Stachelraum gehe. Äh, ich meine in den Challenge-Raum. Dann nehmen wir den Stachelraum und dann machen wir den Boss, würde ich mal sagen. So. Zuerst. Jetzt die Swarmer. Hm. Da fällt mir weniger her mit den ganzen Tech-Fly's. Scheiße, jetzt ist er neben explodiert. Das war dämlich. Also man sollte kein Wimstone neben einer Boomfly ab... ... oder neben einem Swarmer abfeuern, wenn man in seiner Nähe ist. So, wir haben acht Münzen, aber ich glaube nicht, dass ich ihn entladen möchte. So. Lieber gehen wir nochmal zum Fortschritt-Hallengeschinen. Zack. Babys. Da wollte ich vergessen, dass wir auch noch einen Pony benutzen können. Das haben wir jetzt die ganze Weile nicht mehr benutzt. So. So. So, die Hopper. Die halten ja nicht viel aus. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, er ist röter geworden. Gegen solche Gegner ist das Teil halt genial. Zack. Und noch ein paar Bomben. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Sündenraum oder in den Stachelraum. Das hat sich gelohnt. So. Ich würde sagen, wir geben unsere restlichen Münzen noch hier hinein. Hoffen wir, dass wir noch ein paar schöne Sachen bekommen. Brauchen wir nicht. Aber kein Seil. Ich weiß immer noch nicht, was das macht. Das muss ich echt mal nachschlagen. Weil, wieso sollte ich ein Trinket benutzen, wo ich nicht weiß, was es tut? Hm. Aber ich würde sagen, erst mal... Dann machen wir jetzt hier drum. The Lovers. Das ist eigentlich gerade. Brauchen wir nicht. Wir haben hier keine Karte. So. Wir haben die Herzen mal beschworen. Wir wollen ja zusammen mitnehmen. Gut, der hier ist kaputt gegangen. Das heißt, wir sollten den anderen benutzen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Pickups. Noch einen Schlüssel zum Beispiel. Mit Lagav hätte ich eigentlich erwartet, dass wir das bekommen. Aber gerade scheint das Spiel das nicht machen zu wollen. Es gibt uns bei jedem in der Bomben. Schade. Ich könnte natürlich immer noch mein Trinket austauschen. Okay, wir machen erst mal den Bossen. Falls wir keine Münzen bekommen, gehen wir nochmal zurück und jagen das Teil in die Luft. Ich nehme hier lang. Dann... So, Ritcht. Mann, den Boss sieht man selten. Die stärkere Version von The Widow. Oh. Verdammt. Das habe ich noch nicht gewusst. Den Genken habe ich so selten, dass ich eigentlich nicht wirklich weiß, was er tut. Okay. Oh, toll. Macht auch noch sowas. Du bist fies. Du bist ein fieser Boss. Verdammt. Ich habe mich retten lassen. Und nochmal. Wie machen wir das am besten? Erstmal die Ads erledigen. So, jetzt dich. Deine Ads. Mit so vielen Ads ist der Wimster manchmal ein bisschen schwierig. Schade. Englisch. Müssen wir nicht ein Seelenherz bekommen nach diesem Busraum. Wir werden den nicht um so oder so bekommen. So. Also das mit Stick brauchen wir nicht wirklich. Mal sehen, was das für eine Tarot-Karte ist. The Chariot. Ranger. Nehmen wir natürlich gern. Wir nehmen lieber wieder das hier mit. So. Und das Seelenherz, das wir verloren haben. Im Angel Room waren wir ja schon. So. Indem wir einfach hier durchfliegen, können wir ja ohne Schaden nehmen. So. Wir haben noch eine Münze bekommen. Zack, zack. Zeig mir. Na ja. Dann hat der Bombe. Oh, die Safety Cap. Aber... Obwohl es gibt die Helzapille. Ja, die nehm ich mit. Die nehmen wir mit, die Safety Cap. Und hoffen, dass wir ne Helzapille bekommen weiterhin. Ab und die nächste Ebene. Ja. 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 Wie ist das denn passiert. Wie ist das denn passiert? Ja. 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 Wieso habt ihr da jetzt nochmal gespeit? Hilfe! Ich bin kurz in die Mitte. Eigentlich könnte ich jetzt mal das Pony benutzen. Nein! Ich hab nicht richtig gedrückt. Das war dumm. Das war dämlich. Ich wollte auch auf die Leertaste drücken, aber irgendwie... Ging's nicht. Ein Schlüssel fällt mir in. Wir haben den Topzraum in dieser Gegend noch gar nicht. Hi, Topz! Und dann machen wir auch noch fertig. Hä? Aber... Wieso bin ich nicht losgerannt? Vielleicht gab's nen kleinen Bug mit dem Wimp Stone. So. Ich hab das erledigt. Wir haben mein Seelenherz. Gehen wir nach unten. So. Am Spurl nehm ich mal kurz bitte. Aber ich bleib dann lieber bei Safety Cap. Weil wir viele gute Pillen in diesem Run haben. Und den Sündenraum. Ich mein den Stachelraum gucken wir uns natürlich auch noch an. Äh, Monsters Tu's? Nö, danke. Ich werd ihn natürlich kurz aufnehmen. Aber wir müssen uns totisch beschwören. So. Okay. Das nehmen wir mit. Mal kurz in den Sintenraum. In den Stachelraum. Wie wollt ihr ihn denn? Was zum... Was zum... Moment mal. Mit Holy Grail haben wir glaube ich schon irgendwie so Flügel. Dann kann ich aber uns das Tu's mitnehmen. Lass mal sehen. Jawoll. Cool. Das heißt wir konnten das Pony loslassen. Ab hier ab haben wir auch noch. Der Boss-Challenge-Wurm. Der kommen wir nicht rein. Sekudum und Super Sekudum sind völlig woanders. Aber wir haben hier noch einen anderen Ort. So. Flügel und Wimstone. Sehr dämonisch. Natürlich meine Lieblinge. So. Die sind schon erledigt. Der letzte. Und ein Seelenherz. Aber ich würd sagen wir tun uns jetzt auch nicht den Boss-Challenge-Wurm an. Sondern wir tun uns lieber das Eternal Heart. Obwohl ich würd sagen wir spielen nochmal hier mit. Und lass uns noch ein paar Pick-Ups hinausgeben. Wir könnten noch ein paar Schlüssel gebrauchen. Wenn wir schon nicht in die Läden gegangen sind in diesem Wunnen bis jetzt. So. Das gefällt mir gerade auch. Schad, dass wir keinen Wafer mehr haben. Also in so Wumpen müssen wir aufpassen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Ja, ich sprech immer falsch. Ich krieg leicht Halsschmerzen beim Sprechen. Und weil ich jetzt schon den ganzen Vormittag aufnehme. Ähm. Muss ich mich vielleicht manchmal ein bisschen räuschen oder so. Weil es einfach meine Stimme langsam versagt. Ich hoffe, dass wir es weiter schaffen. Oh. Er wird kaputt gemacht. Was machst du denn? Oh Mensch, dauernd als ob wir das jetzt noch bräuchten. Wir können nicht durch den ganzen Raum schießen. Seht ihr? So. Verdammt. Meine Stimme. Äh. Wie er das Eternal hat, nehmen wir mit. Ähm. Was passiert eigentlich, wenn ich Monster benutze? Bei Imam. Das könnte ich ja mal ausprobieren dann. So. Die sind mir grad zu gefährlich. Wir laden schon mal auf. Und 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 und. Der erste Schlag. Der zweite Schlag. Der nächste. Also ich weiß halt nicht, ob die Bloody Last noch korreliert. Hier wird aber... Ich denk eigentlich schon. So. Ich komm irgendwie hauptsächlich um die Gegner. Und wenn ich Marm dabei halt treffe. Gut. So. Mal gucken. Was passiert jetzt, wenn ich Monster beschwöre? Ah, ey. Versucht auf Marm zu gehen. Dass ihm auch geflungen ist. Hey! Wieso hast du denn so jemanden getroffen? Blöder Gascher. So. Mal eben oben oben ist eigentlich egal. Ich würde nicht so viele Gegner, solange noch welche da sind. Deswegen... Ich würde es eigentlich hinbekommen. So. Der letzte Schlag. Gleich. Äh. Ich hab den Sound vom Angel Room gehört. Da können wir jetzt aber leider nicht mehr rein. Tja. Das nehmen wir mal kurz auf. Aber wir nehmen es nicht mit. Bleiben wir da safe. So. Gehen wir weiter. Ähm. Wir laden auf. Ähm. Ne. Ich will jetzt noch um. Schön. Wenn's zu sehend. Und deswegen. Du müsst hier auch aufladen. Falls Quito der Super Quito auf uns wartet. Ne tut er nicht. Dann nehmen wir das Geld mit. Und jetzt würde ich sagen gehen wir nach rechts. Hä. Das war knapp. Aber immer noch kein Cube of Leaves bekommen. Und wir jetzt fliegen können. Und so. Und so. Und Penny nehmen wir jetzt zwar kurz mit. Da. Da wir ihn nicht wirklich brauchen. So. Jetzt gehen wir in den oberen Raum. So. Das ist kein großes Problem. Und so. Du hast es wieder bereit. Das beschwören wir Monstro mal. Äh. Verdammt. Nein. Jetzt hab ich zwei Seelenherzen bis in den Raum verbraucht. Drei. Ich hab's irgendwie grad nicht drauf. Oh Gott. Vier schon. So. Endlich war. Die haben mich die ganze Zeit eingekesselt. Scheiß Viecher. Das war dämlich. Total dämlich. Aha. Die Lose ist wieder bereit. Jetzt auch noch in den Tunnel hat. Das sollten wir uns merken. Das beim Amt konnten wir jetzt im Glück mitnehmen. So. Diesmal lassen wir uns aber nicht von Power of Beids eingekesseln, falls das welche sind. Ich glaub die da unten muss auch noch dran glauben. Okay. Wir kriegen ein Seelenherz zurück. Ich glaub zwar schon, dass wir's so durch den Wump schaffen. Aber die Frage ist natürlich, schaffen wir's durch die Kathedrale und dann Isaac vorbei. So. 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 Die Plastikais müssen klein gemacht werden. Immer ist die. Übernach. Ein Challenge. Den Viables, den nehmen wir doch gern mit. So. Monster hilft uns. Gut. Gegen die Lerby hat er schon geholfen. Letzte Lerby. Jetzt komm ich ab. Was ist das doch? So. Immer schon durch alle Segmente durch. Und zack. Den kleinen haben wir auch. Oh, weiße. Wie viele Seelenherzen hab ich eigentlich? Das müssten verdammt viele sein. Sie verschwinden einfach nicht. Und das obwohl wir schon so viele verloren haben. Aber immer wenn ich das denke, merke ich dann, dass ich beim letzten Seelenherz war. anfange ich an Panik zu werden. Deswegen werde ich uns am besten gar nicht mehr treffen. Auch wenn hier zwei Monstros sind. Scheiße, musst du jetzt hier hin. Zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Ich wüsste, ich wollte eigentlich beide treffen. Der erste ist erledigt. Der zweite auch. Und wir haben wieder Friends to the Endpille. Na gut. Hättet ihr lieber die Bowser of Steel oder Hilsapille. So. Diesmal habt ihr... Diesmal will ich nicht von euch erledigt werden. Na toll, immer wenn ich grad am Abschießen bin. Halt so. Wenn wir schon Flügel haben. Da sehen wir so dämonisch aus. Und haben doch noch den Polygrail bekommen. Okay, Weinshop. Benutzen wir ja auch, wenn es eigentlich recht sinnlos ist. So. Wo schieß ich denn hin? So. Jetzt die Spinnen. Ein Boomstone-One. Herrlich. Natürlich muss man sich ein bisschen damit zurechtfinden. So, es hat ein bisschen, bis er aufgeladen ist. Er nennt mich ein bisschen auch an Mams Naive. Bei der Prüfung geht halt durch den ganzen Raum. Toll. Also hier bleib ich in Sicherheit. Immer schön auf den Felsen. So, zwei sind's noch. Und das war's. Was haben wir denn hier für ne Karte? Sankt man. Und los. Brauchen wir nicht. Der hat es auch gleich wieder vorbei. Uh. Engelchen. Okay, ich seh ja auch grad, dass eigentlich Monsters Tooth längst wieder bereit ist. Ähm, eigentlich könnten wir hier mal ne Bombe legen. Denn manchmal sind hier auch Seelenherzen versteckt. Wir haben genug Bomben. Schade. Nicht. Man kann die X-Felsen nämlich nicht erkennen in so Bombe. Jedenfalls ist mir nicht aufgefallen, dass sie irgendwie anders aussehen. Und das X kann ich nicht sehen. Ha. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, ein, zwei Räume kriegen wir noch leer. Ja. Das ist wie ein komischer Raum. Normalerweise sind Embryos mit der Blutbank zusammen nicht spinnen. Ähm, aber die Blutbank wird jetzt nicht benutzt. Denn wir haben überhaupt keine roten Herzen herumliegen. Denn wir finden noch den Eternal... Äh, Eternal Rumpfart. Den haben wir ja schon gefunden. Oder war ein Eternal H drin? Kein Rumpfru. Ach, wer verbraucht mir einfach grad? Ich weiß. Aber das darf verziehen sein, oder? Ich mein, wenn man schon die... Wenn man das schon hat hier... Ja. Hey, ich wollte dich jetzt so angreifen, aber du versteckst dich. Gut, 25 Minuten sind um. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.